Hallo, hier ist Anna. Heute möchte ich ein paar eure Fragen beantworten, die alle ein Thema betreffen, und zwar Gesundheit von unserer Leber. Ich werde natürlich keinen Namen von euch nennen und Fragen nicht komplett durchlesen, nur das, was dieses Thema betrifft. Also los geht's! Hallo Anna, gibt es eine natürliche Mittel, die bei Leberproblemen helfen kann? Ich habe Fettleber und meine Bekannte hat Leberzirrhose. Was kann man dann machen? Nächste Frage. Hallo Anna, meine Gesundheit mir ist schon wichtig, aber ich und mein Mann, wir feiern auch hier und wollen komplett auf die Alkohol nicht verzichten. Gibt es da eine Mittel, die meine Leber von Alkohol schützen kann und vielleicht auch Kater danach reduzieren? Hallo Anna, kannst du mir eine Mittel empfehlen, die ich während der Feiertage einnehmen kann, zum Schutz für meine Leber? Und noch eine letzte Frage. Hi Anna, mein Mann hat Alkoholprobleme, Leberzirrhose und Probleme mit Bauchspeicheldrüse. Kannst du mir was empfehlen? Also was kann ich sagen? Wie man sieht, sehr aktuelle Probleme. Natürlich kommt Leberbelastung nicht nur durch Alkohol. Wir haben zum Beispiel allein in unsere Nahrungsmittel bis zu 5000 verschiedene Stoffen, die nicht reingehören, aber gesetzlich erlaubt. Und noch, wer weiß, wie viele unerlaubte Stoffe. Damit muss unsere Leber als wichtigste Entgültungsorgan auch irgendwie fertig werden. Mir ist natürlich klar, dass viele von euch feiern wollen und Alkohol gehört einfach bei vielen Veranstaltungen dazu. Nicht viele wissen, aber auch ein unregelmäßiger Alkoholkonsum führt zum Ablagerung von Fett in der Leber. Fett in der Leber ist es nichts anderes, dass die Leberzellen kaputt gehen und werden durch Bindelgewebe oder Fettzellen ersetzt. Natürlich haben diese Zellen keine Funktion mehr und Leber hat sehr viele Funktionen. Nicht nur Entgiftung, sondern auch Produktion von verschiedenen Eiweißproteinen, die für die ganze Körper zuständig sind. Und allgemein hat Leber über 300 verschiedene Funktionen. Es war natürlich schön, wenn man auf die Alkohol verzichten kann, weil Alkohol zerstört wirklich die Leberzellen. Aber es macht auch unsere Essen, wie ich schon gesagt habe, unsere Psyche von allem Ärger und Wut. Und auf alle diese Ursachen reagiert unsere Leber sehr, sehr empfindlich. Aber es gibt tatsächlich ein Mittel, das ich euch empfehlen kann. Das Produkt Fandetox von Coral Club, das von koreanischer Wissenschaftler Song Huyenbok entwickelt wurde. Dieses Produkt kann Leber unterstützen, der regeneriert und schützt die Leber von toxischer Wirkung von Lebensmitteln, Lebensmittel, Alkohol, Medikamente und andere Substanzen und es ermöglicht, die Belastung auf die Leber zu minimieren. Und dem Problem der Fettleber zum Beispiel oder erhöhten Cholesterinwert effektiv entgegenzuwirken. Dr. Bock hat wirklich eine geniale und sehr einfache Formel entwickelt. Die ist wirklich perfekt. Der hat dafür ca. 11 Jahre gebraucht. Er hat alles an sich selber getestet. Der hat zum Beispiel auch Alkohol getrunken und diese Mittel genommen, um zu beweisen, dass er wirkt. Und das ist tatsächlich so, dass die Leberzellen nicht eingegriffen werden oder Fettleberveränderte Zellen praktisch sich wieder regenerieren können. Und dabei besteht dieses Produkt aus ganz einfacher Zutaten. Zum Beispiel Kacke-Extrakt, Extrakt aus die Goji-Beeren, Zitrus-Schalenfrüchten und Buchweizen und noch ein paar andere Komponenten. Also alles eigentlich Lebensmittel, die wir auch kennen. Ich zeige euch kurz die Verpackung. Hier sehen wir auch alle Zutaten auf Deutsch, auf Verzehrempfehlung. Dieses Produkt ist in Sticks abgepackt. Sehr praktisch, auch für unterwegs. Jeder Stick hat ca. 4,5 Gramm. Und in großer Verpackung sind 30 Päckchen drin. Jetzt zeige ich euch, wie man Pundetox einnehmen soll. So schaut es nochmal die Verpackung aus. Hier befinden sich die Sticks. Man nimmt eine davon. Hier braucht man noch eine Tasse und lauwarmes Wasser. Stick kann man an die Seite öffnen und Inhalt dann in die Tasse geben. Das ist ein Pulver, also alle Zutaten sind zermahlen. Mit lauwarmem Wasser übergießen. Ein bisschen umrühren. Inhalt löst sich vollständig auf. Und man bekommt so eine Art von Tee, die sehr angenehm ist, vom Geschmack und riecht fast gar nicht. Und je nachdem, was man erreichen will, gibt es folgende Verzehrempfehlungen. Für die Sionale Regeneration der Leber brauchen wir eine Päckchen abends vor dem Schlafen gehen und nehmen das ca. 1 Monat lang. Für die Leberentgiftung, also Intensivkur, nehmen wir das 2 Monate lang, jeweils abends vor dem Schlafen. Warum abends? Weil Leber arbeitet nachts sehr intensiv, deswegen sollen wir eigentlich auch schlafen, damit ein Giftdruck stattfindet und Regeneration. Als Schutz gegen Alkohol und ein Zykater Schnellhilfe eignet sich eine Päckchen 2-3 Stunden vor dem Einnahme des Alkohols und am nächsten Tag morgens nach dem Alkoholkonsum. Wer schon ernsthafte Probleme mit Leber hat, z.B. Leberverfetung oder auch erhöhte Cholesterinwerte, kann diese Mittel länger einnehmen. Also mindestens 6 Monate lang, ein Päckchen morgens vor dem Frühstück, wieder als Tee und abends nach dem Essen. Und ich muss euch sagen, ich habe noch nichts, etwas, sowas Natürliches, Wirkungsvolles und Einfaches gesehen, wie dieses Produkt. Der gibt es exklusiv nur bei Coral Club zu kaufen. Alle Links lasse ich für euch immer unten in Infobox. Bitte schaut es dann rein. Wer noch Fragen hat, kann das in Kommentare schreiben oder mir persönlich per Kontaktformular. Im Infobox findet ihr auch noch einen Registrierung-Link. Registrierung ist kostenlos und so könnt ihr dann 20% bei Coral Club sparen. Außerdem gibt es Van Detox im Januar auch noch 25% billiger. Das ist schon eine ganze Menge, also greift zu, probiert es aus und ich bin schon auf eure Ergebnisse sehr gespannt. Das war alles von mir heute. Abonniert meinen Kanal, damit es nichts verpasst und drücken Sie Daumen hoch. Ich wünsche euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.